Der ist ja cool, oder? Jetzt gehen wir wieder zurück. Das Mädchen, da ist nur dieser. Die Akku in der Mitte. Ja, wahrscheinlich. Und erzähl mal, wo ist das Gas und so? Das wollen jetzt alle wissen. Der riecht ja auch so nach Öl, oder? Nein, ich glaube das jetzt. Wow, wir haben ja hier viele große Fische. Ja, das kommt noch an. Schau, dass du keinen Schrank präsent. Papa, ich sehe eins. Ja? Hier auf. Komm. 5,5. Kannst du einen rausholen? Ja. Der ist nicht sehr tief. Nee, der ist nicht sehr tief. Das ist Dreckwasser. Dreckwasser? Der sieht aus. Sieht so aus, ne? Wo ist Gas? Was ist hier? Gas? Ja, das kann sein. Was ist hier? 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 Dann bewegt uns. Echt? Ja. Zeig mal. Das kommt dann hier so. So. Und dann kann man ausmählen, wenn er sich hinlädt, ne? Dann kann man wahrscheinlich Rasen wehen. Ich hab deinen Mund gesehen. Hat jemand Futter dabei? Wow, da ist der. Wow. Guck mal, was der macht. Guck mal, dass der andere kommt. Ja, das ist Schutz, ne? Ja. Die kennen sich schon gut aus, Kleiner. Du bist ja ein richtiger Tracker-Profi, oder? Ja. Ja, schön. Guck mal, da sind noch zwei coole Kleine. Ja, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da kann man was zu messen. Nein. Boah, die kommen alle hin. Oh, ich leine große ein bisschen. Mhm. Hallo Kinder, wir sind in unserer Portatur. Die wollen euch das coole zeigen. Was? Das coole zeigen, weil sie auch. Wow. Guck mal, wie viele Arten hier sind. Wie sie ist? Rotten. Ja. Oh Gott, da ist Apfel. Ja. Wie immer. Was ist das? Entminken? Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. ... Ja, ja. Ja, ja. Das ist trache. Ja, ich weiß nicht. Was ist das? Das ist nicht groß. In diesem Video sieht ihr, wie ich mit meiner Rolle fahre. Hier. Jetzt fahre ich mit meiner Rolle. Hier. Hier, ein bisschen zurück. Meine Eltern sind noch da im Besuch. Da ist hier eine kleine Straße. Okay, dann fahren wir mal. Wie in meiner Schule, grüner Weg. Drei. Okay, jetzt gehen wir mal durch. Ah, ich bin so schnell immer. Hey, riecht nach Crementorte irgendwie. So cool. So cool. Jetzt bin ich mir zurück. Ich habe mich hier. Hier ist die alte Visa. Das ist nicht da. Mit der Arbeit ist. Ich habe mich hier. Gehört hier? Was ist denn die Hüte? Vorne? Oh, ich komm nicht mehr. Ich mach mal den mal vor uns. Ich mach mich gleich. Hallo? Ich bin ein Mann! Zinke! 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 Bia! 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 Pia! Zinke! Zinke! Three Zina! boot Ich fahre weg! Die sind weg! Ich habe wieder Pause! Was?